Hallo, wir sind heute hier bei den Bike Leasing Open beim Trainings-Tag Nummer 2 und haben gerade ein spannendes Wildcard-Finale gesehen und ich stehe hier mit dem Gewinner der Wildcard für Southfield. Alles Gute dafür und vielleicht kannst du kurz ein bisschen was dazu erzählen. Vielen Dank. Es ist natürlich super, dass es so eine Möglichkeit gibt hier so ein Wildcard-Turnier zu veranstalten, dass alle auch die Möglichkeit haben, ins internationale Turnier reinzukommen und für mich war es persönlich eine super Gelegenheit, weil ich ja eben noch keine internationale gute Rangliste habe, mich hier eben durchzusetzen und eben die Möglichkeit zu haben, jetzt tatsächlich sogar im Hauptfeld zu spielen und das ist auch so ein kleiner Traum, der jetzt auch in Erfüllung geht, dass ich jetzt bei meinem ersten internationalen Turnier im Hauptfeld auch direkt drin bin und ja, ich freue mich sehr hier am Dienstag dann an den Start zu gehen. Ja, vielleicht sagst du noch kurz was zu dir, zu deinem Verein, wo du sonst so spielst? Ja, also ich spiele aktuell beim TSC Göttingen. Das ist mein Heimatverein, wo ich sozusagen aufgewachsen bin schon immer gespielt habe und genau, da spiele ich bei den ersten Herren und ja, sind wir jetzt auch jetzt im Winter in die Oberliga aufgestiegen, jetzt im Sommer wahrscheinlich wieder auch in die Oberliga, also sieht alles sehr gut aus. Cool und das ist jetzt dein erstes ITF-Turnier, wo du teilnimmst oder? Ich habe davor schon eins gespielt, jetzt letzten Monat in Bosnien, aber es ist mein erstes Turnier hier in Deutschland und eine halbe Stunde von zu Hause ist natürlich optimal. Super, ja. Vielen Dank, dann wünsche ich mir dir natürlich als Sponsor ganz viel Glück und Erfolg und wir freuen uns, dich weiter zu beobachten. Vielen Dank, danke.